Herzlich Willkommen zu Episode 5 unseres Repay Games for You, Let's Play The Walking Dead. So, müssen wir mal gucken, ist Xbox 360, ist nicht die PC-Version oder Playstation-Version. Ein bisschen husten heute, muss ich mich für entschuldigen. Jetzt klappt das auch mit dem Ton vom Game. So, ich bin mal gespannt, was wird uns erwarten, was ist mit Clementine passiert und vor allem, wie werden sich die Entscheidungen auswirken, die wir bisher getroffen haben. Was, wenn meine Eltern kommen nach Hause und ich nicht da? Ich habe meine Walkie-Talkie, in case sie versuchen das so. Hey, es gab ein paar Batterien in einer dieser Boxen. Hier, du kannst auch ein paar. Ich denke, wir sollten nach deinen Eltern suchen. Sie bleiben immer in der gleichen Ort, wenn sie da gehen. Die Marsh House? Ja, das ist es! Du hast nicht in die Stadt von der Räulein gekommen, hast du? Wir müssen gehen! Ja, warum? Clementine? Clementine! Clementine ist weg. Wherever sie ist, ich muss sie finden. Das ist etwas, ich muss alleine machen. Wir suchen sie zusammen. Ja, ja. What kind of friend would I be, if I wasn't there for you now? Quint? Clementine! Quint! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 How's that feeling? Not great, my hand is hot and it's thumping a little bit You seem okay, for now Yeah, totally We don't have much time We're about to have a lot less We'll all make sure nothing gets you're still the smartest fucker out of all of us Try to find another way out of here So, we're not going to do so much We're going to do the Let's Plays But it's coming to my opinion It's coming to the story Just some surgical supplies Just some surgical supplies Looks like a carjack I don't want to imagine this being used on a body Looks like Vernon and his people cleared their shit out of here in a hurry Where the hell did they go? Hey We'll have time to chit-chat later Nothing through here Damn I was kind of hoping they dug some secret tunnels or something Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, das sieht nicht gut aus. Fuck, ist er alive? Shit, das ist das. Fuck! Okay, this has to be done. Sorry, pal. I gotta do it. I'm awake. Stop, he's awake. He's still bitten. So? This about trying to save him. At the very least, buy him some time. By chopping his arm off. Do we know it works? We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of the land. Chop it off. Let's do it. Maybe it'll work. It's a big risk. Yeah. We're down here without a lot of options. Fuck it. Cut it off. It'll be over before you know it. Just gotta get through. It was easier when I thought he was out. I'll go as fast as I can. You got that? Try to stay still. Just hold on. Fuck. Fuck. Holy shit. Gott, we thought maybe we'd lost you. You've been out a while, man. My arms on fire. I can still feel my fingers. Holy hell. Oh, this hurts more than you can believe. Do you think you'll be able to travel? You lost some blood. Yeah. Good. The elevator's open. Let's go. I'll bring up the rear. I won't bleed on anyone. Oh, jeez. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Yeah. Get going. You okay down there? Remember, quiet. It's no big deal. Another arm would just get in the way. Jesus Christ, Lee. Oh, shit. Oh, damn it. That was fucking close. Everything okay up there? Oh, just fucking peachy. Oh, shit. the the remember when Savannah was empty those crawford bastards did one thing right I guess there must be thousands of them it didn't follow us here today it sure seems like it that's crazy they can't track they just room is it that fucking train wasn't exactly discreet Wir müssen diesen Ruf entfernen so schnell wie wir können. Es ist nicht sicher da unten. Wir können nur durch die Straße gehen. Du planst auf ein paar Wände zu entwickeln? Es braucht eine enorme Menge Werteilung nicht zu machen, um diese Suggestion zu machen, aus dem Ein-Arte Mann. Das Schöne wird lustig, als wir wissen, ob das funktioniert. Look, wir können unsere Beherren und sehen, ob wir ein Weg machen können, um es über die Stadt zu machen. Gut? Gut. Ich... Ich glaube, wir können nicht ignorieren, was mit Lee passiert. Er hat viel Blut in da. Wenn du dich schon wieder wundernst, oder schlimmer, musst du uns wissen. Und es war in meine Lieblung, in der Fall war. Also, du hast nicht verloren, dein Geist. Geräusche, aber nicht. Ich habe mich nicht anders. Ich habe eine Beherren, du hörst du? Ja, wir haben. Jetzt, was? We get down and we find a little girl out there right pal now let's get our bearings